Musik Herzlich Willkommen Leute zurück zu Fußballmanager18 in der Köln Karriere. Ich nehme wieder auf für euch Leute 19.28 Uhr. Eigentlich sollte die Folge ja um 17 Uhr online sein, aber Freunde das ist einfach viel zu warm momentan, ja. Um wirklich regelmäßig aufzunehmen. Ich nehme immer dann auf, wenn ich denke es geht gerade. Deswegen verzeiht mir das, wenn die Folgen ab und zu momentan so ein bisschen durcheinander kommen. Leute, ich habe euch in der letzten Folge gefragt, wer möchte Christian Wettklo haben. Ihr habt ein bisschen darunter kommentiert und ja, zeige euch mal wer es geworden ist. Und geworden ist es der Dominik Pikerek, heißt er glaube ich. Ich wollte einen Innenverteidiger haben oder wollte ihn haben. Ich habe alle ausgelost dann per Google Zufallsgenerator Ding. Genauso wie ich das auch vorher bei allen anderen gemacht hatte. Finde ich ziemlich cool, dass das so geht. Ganz einfach bei Google. Ich gebe euch dann immer eine Zahl und los das dann einfach per Zahl zufällig aus. Sehr, sehr cool. Freut mich. Willkommen im Team. Hast einen sehr, sehr guten Spieler bekommen. Und der wird auf jeden Fall eine große Zukunft haben, ja. Der wird definitiv sehr, sehr krass werden. Gut Leute, dann, ich habe, verzeiht mir das, ja. Die Folgen wären jetzt nicht so überumfangreich, weil es geht einfach nicht, ey. Es ist so ultra warm, ja. Wahnsinn. Hier in Köln sind es glaube ich gerade 37 Grad oder 36 Grad oder irgendwie sowas. Die Luft steht. Es ist ekelhaft, Leute. Ich hoffe, euch geht es aber trotzdem gut. Wir gehen heute rein gegen Bayern. Letzte Folge gegen Chelsea. Chelsea, ja, fast eigentlich schon safe das Weiterkommen sicher gemacht. Ich meine, der Champions League ist nicht safe. Das wissen wir. Damit, mit dem Gedanken, müssen wir auch da reingehen. Jetzt heute gegen Bayern. Ja, schon mal so ein kleines Omen. Vielleicht, in welche Richtung geht es denn jetzt? Als Hinspieler haben wir 3-0 gewonnen. Wir spielen ja gegen Bayern. In 1, 2, 3, 4 Spielen sehen wir auch links im DFB-Pokal. Ja, deswegen, da ist dann schon so ein kleines Omen. Und wo geht es denn? In welche Richtung bewegen wir uns hier? Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden heute wieder mit unserer Stamm-Elf so ziemlich reingehen. Impact hat eine kleine Pause bekommen. Ist momentan auch durch die Nationalmannschaft sehr müde gewesen. Er holt sich langsam, ja. Also langsam zeichnen sich da so ein paar Spuren ab. Ja, bei Impact. Ich meine, der ist sehr jung. Hat zwar schon eine sehr, sehr gute Ausdauer. Aber man merkt einfach, dass er so mit der kompletten Belastung, ähm, ja, doch so ein bisschen ab und zu mal eine Pause braucht, ja. Was mir gerade noch einfällt. Ähm, ich habe einen Kommentar gekriegt. Ich schaue gerade mal ganz, ganz schnell nach, von wem denn. Tor. Oh, Hilfe. Das war laut. Es tut mir leid, Leute. Ähm, mir hatte nämlich jemand drunter geschrieben unter das Video. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Hm. War das unter das letzte Video? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat jemand geschrieben, dass die, ähm, internationalen Spiele, die hier angezeigt werden, wirklich die in der Nationalmannschaft sind. Und dass es da, komischerweise, also hier die, mitgezählt wird. Ähm, dann hat er wohl doch noch keine Tore gemacht, Impact. Aber das ist ein Schwachsinn. Weil Impact hat alleine in der letzten Länderspielpause, hat er, glaube ich, vier oder fünf Tore gemacht. Die werden hier halt auch nicht mitgezählt. Das ist halt ein bisschen dumm. Hier steht nur drin, dass er zweimal Spieler des Spiels war. Ähm, ja. Generell habe ich irgendwie so das Gefühl, dass es vielleicht nur mitgezählt wird bei Turnieren. Ja, nicht in der Vorbereitung, sondern dass nur die Turniertore in der Nationalmannschaft mitgezählt werden. Ist aber auch komisch. Ja, ist aber sehr, sehr komisch. Das ist ein Mysterium. Ich werde mich da mal versuchen, noch schlau zu machen, Leute. Wir gehen auf jeden Fall rein gegen Bayern mit der absoluten Stammelf. Lars heute mit dabei. Ja, dem möchte ich einfach. Unsere Offensive soll einfach sich so einspielen. Lars, Daniel und Impact. Und wenn man sich das mal so anguckt. Lars braucht auf jeden Fall noch viel mehr Spielzeit. Deswegen werden wir auf jeden Fall Puzzluck auch verkaufen. Denn wenn wir uns das mal so angucken. Ein Impact, der immer spielen konnte, ist mittlerweile auf einer 90. Und Lars ist immer noch auf einer 83. Und selbst Daniel ist auf einer 88. Also Lars muss auf jeden Fall mehr spielen. Das wird er jetzt. Dadurch, dass wir Puzzluck sowieso verkaufen, müssen wir Puzzluck jetzt nicht mehr so viel Einsatz geben. Deswegen habe ich mir da so den Plan gemacht, dass wir da dann wirklich auf Lars ab jetzt setzen. In der Startelf. Mit Cristiano Junior müssen wir nochmal gucken, was wir mit ihm machen. Ich meine, er ist weit eigentlich hinter seinen Möglichkeiten bei uns geblieben. Vielleicht ist es bei uns auch nicht das Richtige für ihn, ja. Vielleicht fühlt er sich einfach irgendwo anders wohler, ja. In Italien hat er ja sehr, sehr gut gespielt. Da müssen wir einfach mal gucken. Wird auf jeden Fall nochmal Möglichkeiten bekommen, sich zu beweisen. Gar keine Frage. Wir gehen rein, Leute, gegen die Bayern. Heute wieder sehr wichtiges Spiel. Ich meine, Bayern sind auf dem fünften Platz. 51 Punkte, gleich auch mit Schalke. Für uns geht es immer noch, unseren Puffer zu bewahren. Und für Bayern geht es darum, in die Champions League zu kommen. Weil ein Bayern, das nicht in der Champions League spielt, das ist ja wohl mal komplett komisch. Deswegen, wir gehen rein. Das wird bestimmt ein sehr, sehr angenehm, also sehr, sehr interessantes Spiel. Und wir treffen heute auf Justin. Mal sehen. Vielleicht haut er uns ja in der Bude rein. Ich will es nicht hoffen. Bis gleich. So, Leute, herzlich willkommen zum 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wir spielen heute gegen den FC Bayern München. Wir spielen auswärts in Bayern und haben, ja, gute Chancen, will ich meinen, dieses Spiel hier für uns zu entscheiden. Ich meine, Bayern hinspielt 3-0 gewonnen. Heim natürlich, auswärts. Müssen wir jetzt zeigen, was wir drauf haben. Er ist eine sehr gute Möglichkeit für uns. Ter Stegen klärt den Ball zur Ecke. Und ich hoffe, wir machen das Spiel heute und entscheiden das für uns. Übrigens, Olaf auf nur 79 gerade. Hummels klärt die Ecke von João Mario per Kopf. Kleinen Tick zu kurz. Impact geht volles Risiko. Donnert den Ball genau unter die Latte. Ter Stegen war noch an den mit den Fingerspitzen dran. Aber keine Chance gegen Impact. 22. Tor für ihn in dieser Saison. Sehr, sehr krass. Wäre natürlich jetzt auch richtig heftig, wenn Impact jetzt auf einmal gegen Ende der Saison noch mal richtig reinhaut und sogar noch ein paar Tore macht. Dass er vielleicht sogar näher an sein letztjähriges Ergebnis rankommt. Oder das vielleicht sogar noch mal toppt. Ich meine, von den Vorlagen her hat er es auf jeden Fall schon getoppt. Wir machen weiter Druck. Impact bedient hier. Daniel, der versucht es aus 22 Meter. Der Stegen ist aber auf der Hut klärt zur Ecke. Hält er nicht fest. Klärt zur Ecke. Ist natürlich dann auch nicht ganz einfach. Ciao Mario mit der nächsten Ecke. Ganz einfache Variante. Wanyama verlängert den Eckstoß am kurzen Pfosten. Daniel relativ unbedrängt mit dem Kopfball. Und der schlägt halb hoch im Kasten der Münchner. 1-2-0. In der 15. Minute. Dritte Tor von Daniel in dieser Saison. Erste Vorlage für Wanyama. Ganz einfach. Mega, mega nice. Wir machen wieder. Also mit Bayern haben wir wirklich einen Lieblingsgegner, kann man schon fast sagen. Das spielen wir ja immer richtig gut. Gut, klares Foul hier von Philipp Drobliek gegen Aaron im Strafraum. Schiedsrichter hat aber nichts gesehen und es gibt keinen Elfmeter. Wahnsinn. Brauchen wir nicht. Wir besiegen Bayern auch so. Aber den Elfmeter, den hätte ich natürlich jetzt sehr, sehr gerne mitgenommen. Lars heute noch nicht so ganz gut in der Partie drin. Olaf wahrscheinlich aufgrund der wenigen Bälle, die er aufs Tor gekriegt hat, auch mit noch keiner so guten Note unterwegs. Aber wir schauen mal. Aaron wird steig geschickt. Will an Alaba vorbeigehen, bleibt hängen, setzt erfolgreich nach, holt sich den Ball wieder, spielt den Ball flach in die Mitte. Impact kommt zum Schoß. Ter Stegen taucht in die kurze Ecke ab, kann den Ball gerade noch so um den Pfosten drehen. Also Bayern schwimmt. Bayern hat echt zu tun gerade. Sehr, sehr schön. Freut mich, dass wir da so ein überragendes Spiel machen. Wir sehen es auch an den Noten. Ja, Julian mit einer überragenden Leistung. Ciao Mario, sehr, sehr gut. Daniel mit der 1. Impact mit der 1,5. Also wir haben hier heute wieder ein sehr, sehr gutes Spiel. Lars zielt mit Schwung in den Strafraum. Wird beim Abstoß hart von Alaba bedrängt. Der Ball geht per Abfaller ins Aus. Geht, also gibt folgerichtig dann. Abstoß für die Münchner. Aber das 2 zu 0, das nimmt man dann schon mal sehr, sehr gerne mit. Ja, auch dann in die Halbzeit. Lars wird steil geschickt. Will dann Alaba vorbeigehen. Bleibt zunächst hängen. Nächste gute Möglichkeit. Holt sich den Ball wieder. Spielt den in die Mitte. Dort lauert Impact. Hummels kann dessen Schuss noch zur Ecke abblocken. Also Wahnsinn, was wir hier gerade machen. Alaba irgendwie auf beiden Seiten unterwegs. Sowohl im Zweikampf gegen Daniel als auch gegen Lars. Wahnsinn. Ciao Mario mit der Ecke. Impact schüttelt den Kopf, da Tess Degen den Ball vorher schon gefangen hat. Und jetzt muss auch noch Hummels raus. Kapselbahnverletzungen. Alles Gute an Hummels. Gebrauchter Tag wahrscheinlich. Banyama schießt beim Abfahrt, versucht den eigenen Mann an. Weigl kriegt den unfreiwillig. Ulrich schaltet aber. Julian schaltet blitzschnell. Wirft sich dazwischen. Ecke für die Bayern. Und wir sehen, dass sie gerade, wir haben eine Durchschnittsnote von 2. Davy Selke am 5er-Eck. Köpf. Olaf reckt sich und fischt den Ball aus der Luft. Also ohne Witz, auf den kann man sich mittlerweile so gut verlassen, Olaf. Jetzt kommt Bernhard rein. In der Innenverteidigung. Ist jetzt nicht so der übelste Innenverteidiger. Mit seiner 65. Hummels. Aber auch nicht so stark. Ich meine, guckt euch mal den Kader von Bayern an. Der ist halt wirklich. Schlecht. Der ist nicht einem Bayern München angemessen, finde ich. Julian. Julian. Justin übrigens in der Startelf. Finde ich sehr, sehr geil. Ich meine, er ist einer der wenigen Leute in der Mannschaft, die wirklich noch eine sehr, sehr gute Perspektive haben. Banyama hat eben eine richtig unnötige gelbe Karte gekriegt. Co-Trainer darf entscheiden, was gemacht wird. Spieler sind überzeugt, dass sie das Spiel nicht mehr aus der Hand geben würden. Und eine 3 zu 0 wäre natürlich jetzt noch geil. Banyama behalten wir uns mal im Hinterkopf für den Wechsel. Hier habe ich auch schon lange nicht mehr reingeguckt. Gehen wir weiter. Ich habe übrigens eingestellt, dass der Co-Trainer die Aufgaben automatisch vergibt. Da muss man da nicht jedes Mal reingehen. Und wir machen in der zweiten Halbzeit genau da weiter, worüber wir aufgehört haben in der ersten. Ciao Mario. Extrem scharf getretene Ecke. Impact kommt zum Kopfball in die dritte Etage. High Impact, da musst du ein bisschen mehr draus machen. Ein bisschen mehr. Ich meine, er ist stark im Kopfball. Er ist generell mittlerweile mit seinen 21 Jahren so ein krasser Allrounder. Bernade riskiert einen Strafstoß. Plumpe Grätsche gegen Daniel. Schiri zeigt wieder nicht auf den Punkt. Also, da muss man sich doch langsam echt fragen, wo hat der Typ Schiri sein gelernt? Wahnsinn. Daniel wieder mit dem Schuss viel zu früh. Relativ harmlos. Kein großes Problem. Aber wir kommen zu Möglichkeiten. Wir müssen sie nun mal verwerten. Lars schlägt den Ball flach nach innen. Testlegen äußerst aufmerksam. Rettet da so ein bisschen in der Defensive den FC Bayern München. Die ja sonst nicht wirklich viel auf die Kette bekommen. Lars wieder mit der scharfen Flanke. Süle rutscht beim Klärversuch gegen Impact über den Spann. Und bezwingt damit seinen eigenen Torwart. Eigentor Niklas Süle. Ganz, ganz bitterer Tag schon wieder für Bayern. Eieiei. Und wir können jetzt sagen, übernimmt die Kontrolle. Wir wechseln mal Vanjama aus. Gelbe Karte. Muss nicht sein, dass der auf dem Platz bleibt. Gehen wir da mal auf Nummer sicher. Kommt hin rein. Sehr früher Wechsel. Für meine Verhältnisse doch echt ein sehr früher Wechsel. Wir dominieren die Bayern komplett heute. Also da geht gar nichts bei den Bayern gerade. Langer Ball von Mirino. Der erreicht den Fuß von Lars. Der kommt problemlos an. Justin vorbeisteuert. Alleine auf Testegen. Aus 8 Metern lässt er dem Keeper keine Chance. Und nagelt den Ball zum 0 zu 4 ins Netz. Starke Aktion. Wahnsinnsaktion von Lars. Fünftes Tor für ihn. Vierte Vorlage. Mirino. Wahnsinnstyp. Sehr, sehr krass. Und Bayern wirklich wieder komplett gebrauchter Tag für sie. Und ich sage es schon sehr, sehr oft jetzt gerade. Ist mir auch bewusst. Aber ich glaube, da muss man sich beim FC Bayern doch echt mal Gedanken drum machen, wie das in Zukunft weitergeht. Weil man kann sich doch hier nicht so vorführen lassen und gar keine Chance haben. Nicht als Bayern. So, wir haben noch zwei Wechsel über. Die kommen jetzt relativ spät. Da würde ich sagen, bringen wir mal Fabian rein. Und warten wir gerade noch. Machen wir den nächsten Wechsel noch später. Ich lasse mir immer noch einen Wechsel ganz gerne über, falls jetzt noch irgendwas passiert. Damit wir da reagieren können. Ja, zur Not. Kriegen aber die nächste sehr gute Möglichkeit. Ciao Mario schickt einen langen Ball auf Impact. Der Flank von rechts auf Fabian. Den Pass kann Bernhard aber abgrätschen. Ich glaube, wir haben noch jemanden gefunden, den wir auswechseln. Dupont werde ich gleich auswechseln und dafür Noah reinbringen. Der Stegel schiebt alles zur Seite. Flügt ihn gerade noch vor. Lars nach der Ecke von Ciao Mario aus der Luft. Wir wechseln jetzt mal Dupont aus. Bring dafür Noah rein. Haben damit dann auch alle Wechsel vollzogen. Ich denke, da wird jetzt nicht mehr großartig was passieren. Brand muss behandelt werden. Aaron hat ihn mit dem Arm im Gesicht getroffen. Kann aber weitermachen. Sehr gut. Ist halt immer bitter, wenn sich da irgendwer was tut. Daniel. Flank von links in den Strafraum. Ball kommt zu Impact. Volley. Fliegt über das Tor von Tess Degen. Also Impact heute so ein bisschen der Chancentod. Kann man sagen. Hat so viele Chancen. Aber. Ja, mach die nicht rein. Ja, da hätte er locker schon zwei noch mehr reinmachen können. Aber ist ja auch nicht allzu tragisch. Wir haben ja 4-0 gewonnen. Kann man, denke ich mal, so stehen lassen. Nochmal Konterchance. Impact schießt aus. 17 Meter weit am Tor vorbei. Will er einfach nicht heute den Ball nochmal reinzumachen. Denkt er sich 4-0 reicht schon gegen die Bayern. Und wir gewinnen hier 0-4 auswärts in Bayern. Und das ist einfach, wir haben sie vorgeführt. Kann man, muss man so sagen. Kann man nicht sagen, muss man so sagen, dass wir Bayern hier vorgeführt haben. Heißt für uns, wir sind immer noch, haben unseren Puffer aufrechterhalten und gehen in den Nachbericht und schauen uns das Ganze denn dann auch mal an. So Leute, Nachbericht, ja, ich würde sagen, wir haben heute ein überragendes Spiel gemacht gegen die Bayern. Wir haben heute nicht wirklich viele Schnitte gehabt. Eigentor von Süde natürlich dann auch noch sehr bitter für die Bayern. Aber ich meine, unsere komplette Offensive, jeder hat heute getroffen. Ja, sowohl Daniel als auch Lars als auch Impact. Und das zeigt einfach, was wir da für eine kranke Offensive denn vorne drin haben. Und ich meine, das hier, so wie sie gerade auf dem Platz ist, wird aller Voraussicht ja auch irgendwann die Offensive sein, die in der deutschen Nationalmannschaft vorne drin steht. Weil, tut sie ja eigentlich jetzt schon. Mit Impact, Daniel und Lars ist ja auch in der Nationalmannschaft. Finde ich sehr, sehr krass. Also, die kennen sich aus dem Verein und die werden auch in der Nationalmannschaft stark sein. Ganz, ganz klare Kiste. Ja, wir haben Bayern heute ultra dominiert, 12 zu 2 Chancen gehabt, 62 Prozent Ballbesitz. Ich meine, guckt euch das einfach mal an und dann wisst ihr Bescheid, was mit Bayern momentan los ist. In der Liga sieht es immer noch sehr, sehr gut aus. Chancenverwertung sind wir auch noch die beste Mannschaft. Ich glaube, wir haben uns sogar die meisten Chancen rausgespielt und haben die beste Verwertung. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Das ist wirklich echt mega schön zu sehen. Defensiv sind wir noch nicht die beste Mannschaft. Da muss Wolfsburg mal ein paar Tore noch kassieren. Offensiv sind wir sowieso. Wir haben den besten Sturm der Liga. Darüber kann man sich, glaube ich, nicht streiten. Läuft einfach momentan. Der Spieltag. Ciao Mario, Mirino in der Mannschaft der Woche. Sehr, sehr schön. Hätte ich vielleicht noch jemanden aus der Offensive gerne gesehen. Aber gut, da hätte halt vielleicht Impact noch ein, zwei Tore mehr machen müssen. Matthias, seit er bei Wolfsburg ist, echt überragend unterwegs. Ja, hat in neun Spielen neun Tore gemacht. Hat er jetzt also, ne? Eine sehr, sehr, sehr gute Statistik bei Wolfsburg. Und ich denke, das hat sich dann für Wolfsburg auch auf jeden Fall gelohnt, ihn zu verpflichten. Und immer wieder schön zu sehen, finde ich. Wenn dann, ähm, Jugendspieler von euch, die sich halt bei uns nicht durchsetzen können oder bei uns einfach keinen Platz, ähm, haben. Ähm, weil wir können halt leider keinen, oder wir könnten schon, aber es macht halt keinen Sinn, einen 50-Mann-Kader zu haben. Finde ich immer wieder schön zu sehen, wie die sich bei anderen Vereinen durchsetzen. Ja, da sei mal drauf geschissen, dass das jetzt Wolfsburg ist und ich Wolfsburg eigentlich nicht so gerne mag. Aber es ist wirklich schön zu sehen, dass sich dann Leute schön durchsetzen. Oder gut durchsetzen, auch bei anderen Vereinen. Ähm, haben wir ja genauso mit Justin. Ja, der momentan ein bisschen unglücklich, äh, denke ich darüber, sei mit Bayern heute übrigens die schlechteste Mannschaft von allen. Und ich glaube, das ist auch schon bezeichnend, ja, dass sich da etwas ändern muss. Es ist ein sehr, sehr gutes Oben für den DFB-Pokal, aber wahrscheinlich wird dann im DFB-Pokal, weil er halt seine eigene Geschichte schreibt, das Spiel extrem schwer werden. Ja, wirklich extrem schwer. Wir schauen gerade, ne, was wollte ich gerade schauen? Genau, ich wollte auf Justin gucken. Der ja, ja, wirklich ein bisschen unglücklich ist und momentan auch nicht so die Entwicklung nimmt, weil seine Form halt und Moral halt nicht so wirklich gut ist. Da, ähm, na, könnte man auf jeden Fall mehr rausholen, aber Bayern macht's halt momentan komplett kaputt. Impact immer noch, ähm, vorne in der Torschützenliste mit zwei Toren Abstand auf Raphael. Bester Scorer sowieso, könnte nochmal eine Vorlage jetzt machen, ja, beste Vorlagen oder zwei, da gut mittlerweile mit zwölf Vorlagen. Ähm, aber ich denke, Impact ist da auf jeden Fall sehr, sehr gut unterwegs. Fair Play sind wir auch immer noch, sogar mit sechs Punkten Abstand mittlerweile, ähm, die faireste Mannschaft. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut, weil ich eigentlich sehr, sehr viel Wert darauf lege, dass das, dass wir fair spielen. Finde ich sehr, sehr schön und ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Der Hummels übrigens eine Woche verletzt, also zum Glück zehn Tage. Das ist okay, das kann man, glaube ich, machen. Ähm, auch 36 Jahre schon wird am Ende der Saison seinen Vertrag auch beenden und als Co-Trainer dann arbeiten bei den Bayern. Ähm, und das geht, glaube ich, bei den Bayern mittlerweile bei einigen sogar. Ich weiß, ich mache mittlerweile, ich habe momentan echt ein großes Augenmerk auf den FC Bayern München. Ja, wo sich wahrscheinlich einige fragen werden, warum, wieso, weshalb. Ich finde es halt einfach nur sehr, sehr interessant zu beobachten, was die KI denn macht, ja, aus den Vereinen. Genauso gucke ich öfter auch mal auf Dortmund, die ja aber wirklich ein bisschen erfolgreicher dann auch sind als, ähm, Bayern momentan. Und da wird sich ein bisschen was ändern, zum Beispiel hier, guckt euch mal an, was die auch für eine Moral haben. Und Thomas Müller, der jetzt seinen Vertrag beenden wird, diese Saison, auch echt nicht mehr gut unterwegs. Also da muss sich dringend was ändern von der, also von der KI her. Ai, 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 ai. Gehen wir mal weiter. Und das nächste Spiel haben wir ja dann schon, das Rückspiel gegen den FC Chelsea. Das wird es aber erst in der nächsten Folge geben. Heute nochmal, ähm, kurze Sachen. Hier haben einige Leute nochmal Vertragsangebote angenommen aus der zweiten Mannschaft. Die habe ich mir, ähm, schon mal angeguckt. Äh, aus der zweiten Mannschaft, äh, aus der A-Jugend. Dann in die zweite Mannschaft habe ich mir schon mal ein paar Leute rausgesucht. Ähm, ja, wir haben, äh, die Ablöseverhandlungen mit Haslak abgebrochen. Oder ich habe sie eben abgebrochen. Aus dem einfachen Grund halt, ne, dass wir Haslak gerade noch nicht verkaufen wollen. Wir werden den auf jeden Fall am Ende der Saison, sobald wir mit der Liga und den ganzen Pokalen durch sind, werden wir ihn auf jeden Fall auf die Transferliste packen und dann mal schauen. Ja, ähm, wer, ähm, der Interesse an Haslak hat. Vielleicht können wir da auch nochmal so ein bisschen, ähm, den Marktwert von Haslak steigern. Je nachdem, was wir gewinnen, ne, könnte, könnte sogar gut sein. A-Jugend vor Topspiel, Niklas erreicht Trainingsziel. Leute kommen zurück aus dem, ähm, aus der Weiterbildung. Zweite Mannschaft verliert leider. Schon wieder. Also unsere zweite Mannschaft hat echt auch eine sehr gebrauchte Saison, diese, diese Spielzeit. Müssen wir mal gucken, Leute. Ich würde sagen, gebt euch wohl. Ich hoffe, ihr schmelzt mir nicht, äh, schmelzt mir nicht weg. Bei dem Wetter haltet durch. Ähm, soll aller Voraussicht, glaube ich, nicht mehr so lange so warm sein. Zumindest sollen wir in den nächsten Wochen mal wieder ein bisschen kühlere Temperaturen haben. So 25 Grad dann, nicht 37. Ich hoffe es zumindest, dass es langsam mal ein bisschen kühler wird. Leute, ich verabschiede mich von euch. Macht's gut. Gabt euch wohl. Ciao.